Hallo liebe Undemented User oder Fans oder Abonnenten. Ich habe mir gedacht dem Kanal fehlt einfach ein Format das ein bisschen länger dauert und da dachte ich ich zeige euch einfach mal meine Sammlung und welche Karten mir fehlen und falls ihr welche von den Karten habt könnt ihr mir die gerne zuschicken oder was auch immer. Meldet euch. Also genau wir fangen einfach mal mit dem Set Teros an. Die erste Seite habe ich komplett, die zweite und dritte auch. Da sind auch alle Karten da. Gut das ist jetzt noch nicht so spannend. Ich splätten einfach mal weiter. Irgendwo wird schon was fehlen. Schwarz komplett, rot komplett, grün komplett. Ah hier sind die ersten Karten die fehlen. Schauen wir mal rein. Vielleicht fliegen die auch sonst irgendwo rum. Das sind die Sammelmummer 166. Also mir fehlt Nylea, God of the Hunt. Und Nyleas Presence. Da habe ich aber glaube ich noch welche von. Die sind gerade nur in Decks. Also Nylea, God of the Hunt fehlt mir. Sonst ist grün komplett. Da fehlt noch eine. Hier neben. Das ist die 201. Weeper of the Wilds. Weeper of the Wilds. Das ist ein 4-5 Wargorgon für zwei farblose. Ein grünes und ein schwarzes und eine Rare. Dann fehlt mir der Xenagoth. Doch den habe ich im Deck. Den brauche ich nicht. Witcher's Eye. Witcher's Eye. Nyctus schreit zu nix. Habe ich auch irgendwo rumfliegen. Brauche ich also nicht. Und dann fehlen eigentlich Token. Scheint alles komplett zu sein. Gut. Also die Karten fehlen mir. Meldet euch in den Kommentaren, wenn ihr irgendwas habt. Von den Dingen, die mir fehlen. Und wir sehen uns einfach. Bei der nächsten Edition. Viel Spaß.